Sicher nicht nur für mich, sondern für viele andere von euch wird heute sicher ein Traum wahr. Denn mit dem Minecraft Snapshot 14w32d bringt Mojang ein lang, lang, lang ersehntes Feature oder eher lang ersehnte Blöcke in Minecraft ein. Es sind die verschiedenen Zäune, Zauntore und Türen in allen Minecraft Holzvariationen, die es überhaupt gibt. Und damit eröffnen sich ganz, ganz neue kreative Möglichkeiten, zum Beispiel im Hausbau. Doch schauen wir uns nun das Ganze einmal an, welche Möglichkeiten wir haben, wie das Crafting aussieht. Und dafür habe ich hier schon einen kleinen Aufbau hier vor der untergehenden Sonne getätigt. Hier haben wir natürlich einmal die normale Holztür, die Eisentür, das ist alles noch ganz normal. Jetzt gibt es allerdings auch die Holztüren in allen Variationen. Suchen wir im Minecraft Creative Inventar einfach mal nach Door, dann finden wir hier die Spruce Door, die Birch Door, die Jungle Door, die Akazien Door und die Dark Oak Door. Also alle Holzvarianten werden hier verwendet und das Crafting funktioniert natürlich genau wie auch es für eine normale Tür funktioniert. Einfach in diesem Fall die Spruce Word Planks anordnen und dann bekommen wir eine Spruce Door, das gleiche bei der Birkentür. Und somit sind diese von der Funktionalität wirklich schon gut ausgereift. Außer wenn wir hier mit dem Auto-Klick praktisch uns versuchen, die jetzt im Inventar zu holen, dann bekommen wir immer die standardmäßige Holztür. Das wird aber ganz sicher noch angepasst werden, aber es gibt jetzt die Minecraft-Türen in allen Variationen und wir können sie zum Beispiel hier auch mit Pressure Plates auslösen. Das ist alles überhaupt kein Problem und das finde ich sehr, sehr cool, dass das jetzt endlich geht und endlich eingefügt wurde. Aber damit noch immer nicht genug, denn neben diesen wirklich kreativ gemachten Türen, wo man hier zum Beispiel auch einfach mal durchschauen kann, sehr, sehr, sehr cool gemacht einfach, gibt es auch Zäune in verschiedenen Varianten. Das ist ja der normale Zaun, den kennen wir ja alle. Wir kennen hingegen nicht den Akazien-Zaun, den Neverbrick-Zaun kennen wir wieder, aber den Spruce-Fans haben wir auch noch nie gesehen. Genauso wenig wie den Birkenholz-Zaun oder auch den Dschungel-Zaun. Das ist einfach richtig, richtig cool und schön ist auch, dass man die einfach aneinander platzieren kann und die sich dann praktisch verbinden und dass da keine abstoßenden Reaktionen gibt. Damit können wir richtig, richtig, richtig gut bauen. Und zu diesen gibt es auch noch Türen dazu, auch in der jeweiligen Variante, das ist alles kein Problem. Auch diese gliedern sich sofort ein und passen hier super ins Bild. Auch das Crafting davon schauen wir uns noch einmal an und dafür seht ihr, wollt ihr so einen Zaun machen, dann ist das ein wenig anders. Dann könnt ihr nicht einfach Sticks anordnen. Es gibt weiterhin nur die normalen Sticks und keine Abwandlungen von Sticks. Und dafür legt ihr einfach zwei Sticks übereinander und rechts daneben dann die jeweiligen Planken für den Zaun, den ihr erhalten wollt. Und so in dem Fall bekommen wir hier den Birkenholz-Zaun und für das Fanskate sieht das ganz ähnlich aus, außer dass eben in der Mitte hier die Planken des jeweiligen Zaun-Art-Blocks liegen und außen herum dann Sticks angeordnet werden. Das war's praktisch von diesem Video. Ich finde das sehr, sehr cool und endlich mal ein Feature, wovon wir alle so richtig, richtig viel haben können und was sonst noch so für Features in den Snapshot 14v32 implementiert wurden. Das erfahrt ihr in dem Video rechts oben oder ihr schaut direkt da unten noch einmal ins Video. Denn da geht's ebenfalls um ein neues Feature, was im Snapshot 14v32b hinzugefügt wurde. Das ist zwar eher etwas für Mapmaker, aber auch etwas, was vieles verändert. Das ist der Slash-Entity-Data-Command. Beides sehr sehenswerte Videos, genauso sehenswert wie unsere sozialen Netzwerke, Twitter, Facebook, Google, Instagram und natürlich unsere Website www.meines07.de sowie unser zweitkanal www.meines07plus, auf dem andere Videos, die ebenfalls mit www.meines07.de zu tun haben, geuploadet werden. Jetzt bedanke ich mich aber fürs Zuschauen und ich würde sagen, ich habe jetzt meinen Spaß mit diesen wunderbaren neuen Türen und Zäunen und werde gleich mal hier ein bisschen was basteln. Also bis dann und viel Spaß mit den neuen Snapshot-Features.